If we are doing artificial intelligence, we need to look at natural intelligence. I always believe, nature is the best source for interesting creative ideas. Yao Chu Jin ist Pionier im Bereich der naturinspirierten künstlichen Intelligenz. Er entwickelt Computeralgorithmen, die genetische Variationen in der natürlichen Evolution eines Organismus und dessen Anpassungsfähigkeit an Veränderungen in seiner Umwelt simulieren. I think we are still at the beginning of understanding and assimilating nature. Nature has taken millions of years. It's a long process. Of course, I don't think that we also need such a long time, because we have very powerful computational systems. But I think we still need a lot of time to work on it, before we can achieve something that comparable to human intelligence. Diesen Auftrag nimmt er mit nach Bielefeld. Was können wir von der Natur für die Entwicklung von KI lernen? Diese Frage wird Alexander von Humboldt-Professor Yao Chu Jin an der Universität Bielefeld weiterverfolgen und damit den KI-Standort Deutschland stärken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017